Zur Unterstützung Studierender mit Behinderung und oder Erkrankung, vor allem mit Blindheit und Sehbehinderung, stehen unter anderem studentische Hilfskräfte als sogenannte StudienhelferInnen zur Verfügung. Zudem sind neun blinden- und sehbehindertengerecht adaptierte, ausgestattete PC-Arbeitsplätze vorhanden. In den meisten Vorlesungssälen sind Hörschleifen verbaut. Als Maßnahme für Studierende mit Hörbehinderung. Ergänzend verleiht die SPS auch kostenlos mobile Hörsysteme, die für Seminar- oder Gruppenräume ohne Hörmodifikationen einsetzbar sind. Ergänzend verleiht die SPS auch kostenlos mobile Hörsysteme. Sie kann die SPS auch kostenlos noch besitzen lassen.